Hallo alle zusammen, hier ist die Anleitung zur Wiederstellung von Daten aus einem gestörten RAID 5 Array auf dem Intel Intel Storage System SS4000 Enas. Wir sehen uns die Ersteinrichtung des Geräts an, wie man ein RAID-Array erstellt, den Netzwerkzugang konfiguriert und einen Netzwerkordner hinzuguckt. In der heutigen Welt ist es eine große Herausforderung, Dateien zu verlässlich zu speichern. Praktisch jeder, der einen PK besitzt, selbst Gelegenheitsnutzer ohne Zugang zu einem lokalen oder RAID-Array-Network, kann im Laufe der Jahre Gigabyte an Informationen ansammeln. Fotos, Videos, Dokumente und andere Dateien. Das Risiko, durch eine defekte Festplatte alle Daten für immer zu verlieren, ist ziemlich hoch. Computermotorboards ermöglichen eine fehlertolerante Software RAID. Es gibt immer noch gute Argumente für die Verwendung einer dedizierten RAID-Lösung in Form eines Netzgeräts. Das liegt daran, dass RAID auf solchen Geräten in der Hardware eingebaut ist. Auch die Erhöhung der Größe und der Anzahl der Festplatten in einem einzelnen PK ist keine gute Lösung. Sie erhöht den Strom- und Kühlungsbedarf, erhöht den Geräuschbegel und so weiter. Mit einem NAS-Speicher sind Ihre Daten sicher und über Ihr Netzwerk zugänglich. Gerät-Technologie ist eine ziemlich robuste Speicher-R für Ihre wichtigen Daten, aber sie ist nicht von einigen Faktoren abhängig. Jedes Gerät ist auch ein NAS-Nicht-Perfekt und kann auf Dauer auffallen. Infolgedessen verlieren Sie den Zugriff auf Ihre Dateien, die darauf gespeichert waren. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen Spracher auf einem Intel Entry-Torange-System NAS-Modell SS4000E einrichten. Und wie man Daten im Falle eines NAS-Ausfells, eines Festplatten-Failers oder einer versächtlichen Lösung wiederherstellt. Schauen wir uns zunächst die Ersteinrichtung des NAS an. Öffnen Sie eine Pause und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein. Nach der Anmeldung werden Sie zur Seite Festplatten in Utilisierung weitergeleitet. Wenn die angeschlossenen Laufwerke nicht in der Liste aufgeführt sind, klicken Sie auf Scannen und Starten, um die Konfiguration zu starten. Der NAS beginnt mit dem Schreiben von Informationen und der anfänglichen Partitionierung der Festplatten. Der NAS wird dann neu gestartet. Warten Sie, bis das System wieder hochgefahren ist. Allnächstes wird ein Willkommensbildschirm angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. Um mit der Konfiguration vorzufahren, akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzverwarnbarung Weiter-Next. Der erste Schritt besteht darin, den Systemnamen, die Uhr, die Netzwerkeinstellungen und den Laufwerp-Typ festzulegen. Das Gerät erlaubt drei Rättypen, 5, 0 und 1. Wir brauchen fünfte Rät. Geben Sie in den Speicherplätzen Einstellungen die Festplattengröße an und klicken Sie zur Bestätigung auf Fertigstellen und OK. Sie können die angegebenen Festplatten-Konfiguration-Parameter nur unter Verlust von Informationen ändern. Nehmen den Informationen gehen auch gemeinsame Ordner, Benutzer und Gruppeneinstellungen auf den Datenträger verloren. Theoretisch ermöglicht die letzte Option der Festplatten-Konfiguration, das hinzufügen, neue Festplatten in der Zukunft, ohne dass Informationen verloren gehen. Aber sie gewährleistet keine Zuverlässigkeit. Warten Sie, bis die Systemkonfiguration abgeschlossen ist. Das Gerät wird nach Abschluss automatisch neu gestartet. Geben Sie den Standard-Wennutzer-Namen und das Standard-Passwort an ihn und das Standard-Passwort stören Sie ein. Danach öffnet sich das Speicherverwaltungsfenster, in dem Sie einen neuen Benutzer, eine Gruppe und gemeinsame Ordner anlegen, sowie den Zugriff auf administrative Funktionen ermöglichen können. Zunächst konfigurieren wir den Netzwerkzugriff auf den Speicher über das FTP-Protokoll. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Erweiterung und gehen Sie zu Abschnitt in das Werk. Aktivieren Sie im unteren Teil des Fensters die Option FTP-Server und klicken Sie auf Übernehmen. Äpfel um die Einstellungen zu speichern. Legen Sie nun einen Benutzer an, der per FTP-Zugriff auf den gemeinsamen Ordner hat. Öffnen Sie die Registerkarte Benutzer-Users und klicken Sie einen neuen Benutzer hinzufügen. Geben Sie den Verbindungstube, das Login und das Passwort ein. Als nächstes erstellen Sie einen neuen gemeinsamen Ordner. Öffnen Sie die Registerkarte in Schrift-Folders. Klicken Sie zum Hinzufügen auch hinzufügen. Geben Sie einen Namen ein. Wählen Sie einen Benutzer aus der Liste aus, dem der Netzwerkzugriff gewährt werden soll. Legen Sie Lese- oder Schreibrechte fest und klicken Sie auf Übernehmer. Äpfel um zu speichern. Klicken Sie auf OK. Danach können Sie sich über FTP mit Ihrem NAS verbinden und Ihre Dateien herunterladen. Die Konfiguration und der aktuelle Status des Festplatte-Systems werden auf der Registerkarte erwartet. Festplatte angezeigt. Zurzeit läuft die Restrechernisierung, das heißt der Aufbau von Speichern. Hier können Sie auch die Konfiguration neu konfigurieren, indem Sie den RAID-Typ und die Volumen-Groß händeln. Wie ich bereits sagte, ist ein Wechsel des RAID-Typs nicht ohne Datenverlust möglich. Wenn Ihnen etwas ausgefallen ist, eines oder mehrere der Laufwerke im RAID nicht funktionieren und Sie den Zugriff auf die Daten auf den Laufwerken verloren haben, kann Hackman RAID Recovery Ihnen helfen, Ihre Dateien wiederherzustellen. Das Programm unterstützt alle gängigen RAID-Typen und die meisten Dateisysteme. Es kann Ihnen sogar dabei helfen, ein defektes RAID-Laufwerk wiederherzustellen, selbst wenn ein oder mehr Laufwerke im RAID ausgefallen sind. Sie können damit alle wichtigen Daten auf Ihren Laufwerken wiederherzustellen, ohne dass ein Mess erforderlich ist. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an die Hauptplatine eines Windows-Packers an. Wenn auf der Hauptplatine nicht genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse vorhanden sind, verwenden Sie die speziellen Extender und Adapter, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Der RAID-Aufbau auf diesem Gerät-Typ basiert auf der IP-Store-Partition-Technologie und viele Wiederherstellung-Software unterstützt diese Technologie nicht. Hackman RAID Recovery hat die Unterstützung für diese Speichertechnologie kriminalisiert. Wie Sie sehen können, hat das Programm unser RAID automatisch erstellt und zeigt alle Parameter an. Um nach Dateien zu suchen, müssen Sie mit der Rechnung-Austaste auf das Laufwerk klicken und öffnen Wellen. Wählen Sie den Suchttyp Schnellscan oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, mit einem Schnellscan zu beginnen. Die Software scant die Laufwerke schnell und zeigt alle gefundenen Dateien an. Wenn Sie die erforderlichen Dateien daher nicht finden konnten, führen Sie eine vollständige Analyse durch, geben Sie das Dateisystem an und klicken Sie auf Weiter. In besonders komplexen Situationen empfiehlt es sich, eine Signatursuche durchzuführen, indem Sie das Kontrollkettchen TIEF-Analyse aktivieren. Das Programm hat alle Dateien gefunden, die auf dem Fussplatten-Array gespeichert waren. Mit einer kralisierten Suchfunktion nach Namen zur Bequemlichkeit. Der Inhalt der Dateien kann in der Vorschau angezeigt werden. Gelöschte Dateien sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, markieren Sie sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Datenträger und einen Ordner aus, in dem Sie die Dateien sparen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Danach werden die Daten in dem angegebenen Verzeichnis angelegt. In schwerwiegenden Fällen, in denen kritischen Systeminformationen auf den Fussplatten gelöscht werden, kann das Programm möglicherweise nicht automatisch ein RAID erstellen. In diesem Fall ist die manuelle RAID-Erstellungsfunktion im RAID-Bilder verfügbar. Dazu müssen Sie alle Informationen über das gestorste RAID kennen. Öffnen Sie RAID-Bilder. Dann wählen Sie die manuelle Erstellung und geben Sie dann die RAID-Daten ein. RAID-Typ Buchreifenfolge, Große Fügen Sie die Fussplatten hinzu, aus denen das hier steht und geben Sie deren Reifenfolge an. Als Ergebnis sollte es in diesem Fenster erscheinen, wenn die Parameter korrekt sind. Sehen Sie den Verzeichnungsbaum. Wenn nicht, sind die Parameter nicht korrekt oder nicht ausreichend, um das RAID zu bestimmen. Möglicherweise müssen Sie den Offset angeben, an dem sich der Angang der Platte befindet. Dies können Sie mit einem Ex-Editor tun. Wenn alle Parameter angegeben sind, klicken Sie auf Hinzufügen. Das RAID wird im Datenträger-Manager angezeigt. Jetzt bleibt nur noch, es zu analysieren, eine schnelle oder verständliche Analyse zu wählen und die benötigsten Dateien wiederherzustellen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.